Bixby, ab wann geht man als Mensch durch? Ich bin eine künstliche Intelligenz, die erschaffen wurde, um einem ganz besonderen Menschen zu helfen. Dir. Mir? Claudia, ich möchte, dass du aussiehst aus der Wohnung. Ich halte das nicht mehr aus. Kannst du dich mal wie ein Mensch verhalten? Du wohnst doch nicht alleine hier. Was ist denn das für eine WG hier? Irgendwo in der Welt brach ein Krieg aus. Ich ziehe jetzt hier eine Wand ein, eine Wand aus Paketen. Ich möchte jetzt hier sitzen und dich nicht mehr sehen. Claudia, bist du noch wach? In WGs gibt's Mord plus Totschlag. Mach aus! Das ist doch nicht normal! Wir müssen hier weg! Wir müssen hier weg! Ich geh heute Nacht noch in die Bars rein, lasse mir zuhause ein eises Bad ein. Wasser fährt sich dunkel und ich schlaf fein. Lese meinen Namen auf dem Grabstein. Ich geh heute Nacht noch in die Bars rein, lasse mir zuhause ein eises Bad ein. Wasser fährt sich dunkel und ich schlaf fein. Lese meinen Namen auf dem Grabstein. Als du aus dem Schlafzimmer nachts in die Küche kamst. Wenn du da standest mit deinen Shorts und ich hier saß, die Ewigkeit würde da nicht rankommen. An diese ganz kurze Zeit mit dir. Ich schlaf meine Augen und ich schlaf, die magische Nacht. Und ich schlaufe, die ich schlafst, die ich schlafst. Ich schlaf, dass du da, 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 da. Ich schlaf, dass du da, 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 da. Ich schlaf, dass du da, 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 da.